Schön, dass ihr draufgeklickt habt. Eine Panne ist passiert. Die Steffi hat jetzt schon nasse Haare. Unsere Lehrlinge waren zu eifrig. Hier, komm, zeig dich mal. Komm, komm, komm. Komm, Sarah was. Die Sarah, die konnte nicht schnell genug waschen. Sarah hat schon gestartet. Steffi, entschuldige. Aber verrate mir mal jetzt bitte, was darf ich heute für dich tun? Du möchtest eine Spiralwelle, glaube ich? Genau. Du willst richtig Gas geben? Ja. Hast extrem viel Haare dabei. Schaut euch den Pferdeschwanz an. Ganz verrückt. Wie viel kürzer sollen sie werden? Nicht viel. Spitzen schneiden, dann werde ich eine leichte Oberflächenstufung machen bei dir, damit wir da ein schönes Ergebnis haben. Und dann würde ich sagen Vollgas, oder? Ja. Einmal alles, was geht. Genau. Super. Dann viel Spaß beim Zuggucken. Und jetzt wende ich mich an euch live Zuschauer. Grafik über. Und jetzt wende ich nicht. Viel Spaß mit deinen ersten Locken. Und das so jetzt? Jetzt schauen wir rein. Reinschauen. Boah. Ist das schon passend? Dankeschön. Ja, jetzt passiert genau das, was oft schon passiert ist. Die Steffi ist jetzt emotional. Und dann kommen so ein bisschen Tränen. Ist das so, wie das ihr vorgestellt habt? Ja, die kann auch nur nicken im Moment, weil ihr die Stimme weg ist. Aber das ist halt oft, dass die Mädels so begeistert sind. So glücklich, dass gleich Freude in Tränen kommen. Freik, bist du glücklich? Ja. Schön. Aber es ist auch wirklich der absolute Wahnsinn. Wie fassen Sie sich an? 2. Fassen Sie sich gut an, oder? Toll. Ja, 1200 Menschen haben gerade mitbekommen, dass dir so ein bisschen die Augen feucht geworden sind. Aber das freut uns immer so. Ist nicht das erste Mal übrigens. Also wir hatten schon einige Mädels, die beim Blick in den Spiegel dann so ein bisschen emotional geworden sind. Aber das freut uns natürlich extrem. Gut, dann macht ihr alle nochmal nach hinten kurz. Dann gehen wir alle nochmal über den Spiegel und verabschieden uns. Und Sarah kommt auch noch mit dazu. So. 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 Vielen Dank.